St. Pauli, den Klassenerhalt nun ganz, ganz gut. Das ist es! Nein! Es ist gut und Tor! Das ist es! Ihr seid Tabellenführer, weißt du das eigentlich? Ja, ich weiß es, aber es ist mir ziemlich egal. Warum? Weil wir eh nicht da oben bleiben werden. Wir spielen gegen den Abstieg und heute haben wir drei wichtige Punkte gegen den Abstieg gemacht. Und der Tabellenplatz ist uninteressant für uns. Letzte Halbzeit haben wir uns ein bisschen schwer getan, haben wir vielleicht ein bisschen zu viel Respekt gehabt, aber das haben wir in der zweiten Halbzeit abgelegt und ich glaube auch verdient gewonnen. Letzte Saison zwölf rote Karten, waren Sie zu recht sauer, weil das Rekord war. Jetzt geht es gleich wieder mit einer roten Karte los. Sind Sie sauer auf Olaf Botten? Werde ich intern klären, nur nicht in der Öffentlichkeit. Ich glaube, weißt du, Jake, von oben ist ja hier bei der Karte. Vielen Dank.